Ei, 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 ei. Oh nein. Oh nein. Oh nein, ich fang ganz zur Schleudern. Hier komm ich wieder raus. Nein! Meine Frisse, ey. Okay, wäre ich auch nur ein bisschen weniger gut. Zum Glück bin ich so ein krasser Profi. Ich könnte hier an die Baracke gehen. Ich komme jetzt super late, leider. Einer ist auch auf der Breite, der hat auch den Dach. Der hat schon eine Waffe, ne? Okay, ich habe aber auch eine Waffe. Dann kills, ne? Der ist auf dem Dach links, wenn du hochkommst. Aber der hat eine Waffe, oder? Ja, hat der. Der hört dich ja auch, der wartet auch nicht. Ich kann da leider nicht hin, weil der tötet mich sonst. Ah ja, nee, mach auch nicht. Ich stelle alles gut. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier jetzt keiner ist, wo ich bin. Oh, hier kommt irgendwas bei mir gleich hoch. Okay, der war aber instant, der Typ. Der war allein, ne? Okay. Oh, guck mal, VSS hat der auch. Die nehme ich mir. Okay. Wo bin ich viel zu tun? In der jetzigen Zeit sind IT-Leute zurück zum Office sehr gefragt. Ah ja, das ist doch aber auch dann gut, theoretisch, ne? Ist gar nicht so schlechter Loot gerade. Ich möchte gar nicht entscheiden, hier so viel Loot ist hier. Bist du denn eine? Bist du allein in der Halle drin? Ja. What the fuck? Da ist keiner mitgekommen? Ach, der Scope. Ja, nice. Dreierweste. Jetzt weiß ich leider nur nicht, ob ich hier raus kann. Warte, 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 warte. Oh, ich komm zu dir. Oben auf dem Dach, auf der Baracke. Ah ja, ich seh. Den auf der Baracke hab ich genockt. Okay. Der Maid muss dahin. Ich hab den zweimal nochmal angehettet. Okay, nice. Der muss. Oh, ich hab was angefahren. Was ist das hier, sein Maid? So ein. Sein Maid geht grad hin. Oh, der hat sogar echt geschafft, den zu holen. Gibt's nicht. Glaubst du, ich kann den... Der ist oben auf dem Dach. Kannste versuchen. Der kann sich, glaub ich, nicht hochheilen. Nur sein Maid ist halt noch full. Komm mit. So ein zweites schwierig, aber ich probier. Wenn man sich so aufs Block. Nice. Wollt sich gerade heilen. Komm zurück. Tschüss. Der pusht dich. War ich, oder? Nee. Okay. Wir holen. Hast du Heilung? Ich hab nur noch Bandagen. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab. Oh, der hat halt einen so guten Winkel. Ich muss halt mich immer zuerst zeigen. Und ich kann nur von der Seite. Ah, das ist scheiße. Hast du eine Nate? Leider nicht. Ach, Mist, ey. Richtig kacke. Man kann immer nur von derselben Pose pieken, halt. Ich seh' den auch grad nicht. Auf einmal gefaced, aber. Unlucky. Der Nate aber auch nicht gestorben ist. Trotz, dass der nokt war. Ich bin, glaube ich, noch zwei oder dreimal mit der Mini abgeballert. Ich mach mal kurz hin, weil wir vielleicht halt hier von hinten dann sehen. Ein Problem. Einfach mal hier von Mini und Achtung. Achtung, ich fliege über den Berg. Ich möchte nicht auf dir landen. Ach, nee, du bist so weit hinten, als ich dachte. Ja. Ich will dir erstmal das Skope geben. Ja. Hast du Bock aufzusteigen auf meinen Schlittenbraut? Ja, klar, boah. Ey, so leicht schleppt man Frauen ab, ey. Easy. Ein Ausflug ins Grüne. Ja, Mann. Ey, warte mal. So, das ist nur der Gleiter. Woody, moin sehn. Okay, lass mal schauen, ob wir hier irgendwo ein Boot finden. Hier rechts ist irgendwas. Jetski oder so, ne? Oh Gott, du fährst schön. Ja, viele Unfälle kann man hier ja nicht wirklich machen eigentlich jetzt, ne? Auf dem Wasser. Außer man fährt auf den Strand, kann eigentlich nichts passieren. Oh, guck mal, der Drop. Ist das im Wasser? Kann sein. Müsste aber in der Nähe von dem Steg sein. Da kann man auch schon hart abgeballert werden. Warum geben die mir bei mir mal eine Ohrfeige? Ey, ich weiß nicht. Der Charme. Der Charme macht's. Oh. Willst du noch was versuchen? Was meinst du? Hast du Bock? Ja, wenn wir schon mal hier sind. Okay, du holst dir das Loot und ich fahr weiter drumherum. MK14 drin. Die können dir. Nee, ich möchte die nicht. Die kannst du gern haben. Möchtest du die nicht? Nee. Da kommt was. Oh Gott, ich bin so tot. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiße, ich wurde auch von ihm was gehintet. Kannst du wegtauchen? Oh, ich versuche, uns an dir zu kommen. Warte, warte, warte. Ich bin hinter dem Dings. Wo ist der ein Maid? Der ist hier oben drauf. Irgendwo auf dem Stein. Ich hör den ja. Hab ihn. Nice. Okay, gönn ich mir jetzt die MK. Ja, gönn sie dir, gönn sie dir. Hier ist sonst noch ein Dings drin. Achter, Pyrer. Nein, 6, das ist okay. Oh, ist das lecker hier. Hat er irgendwie noch einen guten Helm? Mit dem Helm? War er jetzt. Feuer hat der. Ja, gönn ich mir mal. Ich hab mich nix. Geil, ey. Das hat geschmeckt, ne? Oh nein, was ist das? Ich kann nicht looten. Ich schaff so scheiße rum hier. So. Ich hatte grad richtig Angst, ey. Ja, kann aber auch mal auf einmal plötzlich schief gehen, ne? Ja, der Drop war mein Schutzschild. Oh, ist das nervig hier. Yep. Ich hab übrigens kein First Aid. Ich weiß ja nicht, hat die noch was? Ah, ich find ja gleich noch was drin. Okay. Wollen wir das, wollen wir da rüberschwimmen? Wir haben doch unseren Jitski hier hinten noch. Achso. Wir haben den vollster Tod von denen. Nee. Boah, ich guck nochmal, was der Typ hier hatte. Der hat auch noch ein bisschen Heilung. Ja. Ich hab, bräuchte ich auf jeden Fall. Ich hab null First Aid. Dann leer. Oh, hat der ja nicht. Das hat ja kein First Aid. Nee, aber kann ich dir gleich abgeben. Okay. Überhaupt vielleicht nicht hier. Hier hinten, lass mal zu unserem Jitski. Kann man hier hinten am Felsen einfach droppen. Ist das eigentlich safe? Auf meine Verantwortung ist das safe. Ja, alter Barrel is nice. Hier. Merci. Okay, komm. Weiter geht's. Weiter geht's. Eigentlich hätten wir auch einfach hochgehen können. Hier war anscheinend ja nix, ne? Das hätten wir noch viel mehr Ärger bekommen. Ja, glaub ich auch. Und halt auch einfach full equipt. Das ist herrlich. Ja, ne? So lässt es sich leben. Ah, da hinten sind welche. Äh, ja, haben wir, Bolovic. Auf 290 markiert. Was war da? Am Haus. Gegner. Oh, scheiße. Boah, dann lau ich da lieber nicht hin, ey. Wir können uns auch hier notfalls das Moped von denen klauen, ne? Die sind hier mit dem Moped hingekommen. Guck mal, was die Zone sagt. Dann fahren wir einfach rein. Ja, komm, lass einfach machen. Ein Stück fahren. So gut, wie an dem vorbeizufahren. Ey, treff nicht. Ei, ei, ei. Aha, aha. Das ist die treffe nicht. Gar kein Ding. Gleich Headshot. Raus aus dem Moped. Ich würde so lachen. So, hier wollte ich halten. Perfekt. Ich, ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was denn? Hier gefällt es. Echt jetzt? Ja. Kommst du nicht raus? Nein. Kannst du nicht nochmal einsteigen? Nein, geht nicht. Oh, laber nicht. Stell dir mal vor, so sterben wir jetzt. Warte. Oh mein Gott. Ja, du hast es safe. Boah, das wäre es jetzt gewesen. Stell dir mal vor, du wärst jetzt durch so ein Bug-Instant tot gewesen, wie die manchmal passiert. Ich hätte geweint. Boah, da wäre ich richtig nervig gewesen, ey. War so ein guter Bug. Aber die müssen ja gleich von hinten kommen, können wir abfangen. Aber er weiß, von wo die gleich kommen. Aber hier sind geile, geile Cover so. Oh. Hinter uns. Boah, das war nur ein Bot. Oh mein Gott, Alter. Warum erschrecken die einen denn so? Weiß ich auch nicht. Wie viele Boots hast du eigentlich? Äh, vier. Okay. Ja, lass uns einfach reinlaufen, oder? Ja. Müssen wir uns richtig nicht so hinzeln. Okay. Das ist nicht weit. Das könnte ja in der Nähe des Jobs sein. Das ist auch ein Auto. Auto, ja. Warte. Nice. Sehr gut. Rechts von uns auch. Fühlt sich close, ne? Ja, ja. Ziemlich close. Ich wünsch dir nur, wir hätten hier ein bisschen mehr Cover. Und wir hier von... Ja, der ballert auch nicht. Locked. Schön. Der schmeißt einen Nate. Oh Gott. Pass auf, der will zu seinem Nate, glaube ich. Ja, ich heile mich. Oh, du hast ihn gekriegt schon, ne? Ja. Heile mich. Komm mal zu dir. Pass auf, der schmeißt noch einen Nate. Der will nicht tot sehen, ne? Ja, ich glaube auch. Boah, scheiße, die Zone kommt. Wir müssen den weg. Wir müssen den richtig schnell töten und weg. Wo ist der? Scheiße. Boah, das Auto brennt halt auch schon. Komm, wir fahren ganz schnell. Okay. Komm, komm, komm. Das Auto ist halt auch relativ schnell kaputt. Ja, Hauptsache, wir kommen nicht schnell rein. Aber besser so. Es ist noch nicht kaputt, es ist noch nicht kaputt, es ist noch nicht kaputt. Oh. Oh mein Gott. Ey, scheiße, wo geht man denn hier hin? Einfach da in den Berg rein, erst mal. Ja. Hauptsache, erst mal raus aus dem Auto wieder und ein bisschen Fuß fassen. Oh mein Gott, dass ich das geschafft habe. Oh nein. Oh oh. Never mind. Vom Berg, ne? Ne, in den Häusern. In den Häusern? Ja, ja. Aua, 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 ey. Aua, schreit der Bauer. Kitty killed Kitty. Du hast irgendeine Kitty getötet. Es gibt nur eine Kitty. Pass auf, vor uns ein Stein. Ein Stein da oben. Nein, ich habe jemanden anders jetzt getötet. Ach man. Jetzt sind ja wieder irgendwelche anderen Leute. Die haben ja auch auf die anderen geaimt übrigens, ne? Okay, dann komm ich zu dir und hol dich. Der kommt rechts. Nice. Oh, sauber. No, der wurde abgeschossen. Hä? Ich habe einen Assist bekommen. Wofür? Warte, 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 warte. Kurz heise, ich höre mal, ob der push. Ich glaube, der ist tot, oder? Ich glaube nicht, ne? Kann sein, ne? Der wurde von rechts gerade getötet, aber ich bin mir auch nicht 100% sicher. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, safe. Jetzt brauchen wir aber wieder Heilung. Ich habe keinen First Aid mehr. Oh, oh. Nates, komm an. Oh, oh. Hm. Alles gut, alles gut. Su-sa... Ja, gut, gut, gut. Wir sind beide hochgehalten. Okay, okay, okay. Wir sind ja auch in der Zone, ne? Mhm. Gar nicht so bad. Ich muss nur wissen, welcher Dude hier ankommt. Nein, der ist da vor mir, vor mir. Hop, hop, hop. Hast du ihn? Ja. Oh, mein Gott. Scheiße. Ich habe noch Verbände. Ja, ich guck mal, ob der was hat. Ich habe auch nur noch Verbände. Und halt Boosts. Oh, scheiße, ey. Scheiße. Ich heile mich so lange mit Verbänden. Ja, mach, mach, mach. Ich guck mal, ob der was hat. Der Maid liegt ja auch hier oben. Ja, der hat 6,4,8, ey. Okay. Okay, nice. Ich bringe direkt. Okay. Der hat auch eine MK. Lol. Ich habe einfach nichts mehr außer nur noch Munition. Hier hinter dir. Okay, nice. Danke. Guck mal, ob der hier auch hat. Oh, Alter. Die wissen auf jeden Fall, dass wir hier sind, ne? Naja, safe. Hier, ich gebe dir noch mehr Boosts. Und nochmal für's Aid. Erstmal wieder zu mir kommen, ja. Danke. Puh. Alter. So, jetzt können wir erst mal wieder einen klaren Kopf kriegen hier. Hoffentlich kämpfen jetzt auch mal andere gegeneinander jetzt. Ja, ich guck mal, ob ich hier irgendwie was sehen kann. Okay, irgendwas schießt auf mich. Mein Dreierhelm hat alleine nur noch vier. Ja, von ganz hinten, ne? Von ganz weit weg, ne? Ach, da hinten. Da. Ich will gar nicht facen. Ich will keinen Schuss von Helm kriegen. Ich will meinen Helm behalten. Aber ich habe einen Achter. Aber da hinten an diesem. Boah, schön. Aber dafür wissen die anderen jetzt auch, dass wir hier sind. Ja, aber das wussten wir, glaube ich, schon vorher. Boah, wenn wir den da hinten töten, können wir das gut für uns. Die Häuser sind gleich nicht mehr drin. Nee. Aber wir haben auch einfach keine Deckung hier, ne? Nee. Das ist so nicht wirklich. Aber der muss gleich laufen. Wir sind an einer kurzen Seite. Ja, immerhin. Das hast du ja ein bisschen Zeit. Musst mal gucken, dass nicht rechts irgendwas circelt gleich. Das wäre eklig. Ja, was sage ich? Was sage ich? Oh nein, lockt, ne? Ja. Ich habe es geahnt. Na, ich werde sterben auf jeden Fall. Ich habe es geahnt. Ich hätte mir doch oben bleiben sollen. Ich kann auf den schießen, aber ich will gerade ehrlich gesagt gar nicht. Verrate ich nicht am besten. Oh, 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 oh. Siehst du, siehst du? Ja, ja, da reizt auch, dass du jetzt zweit hast du gesehen am Haus. Ich will gleich auf mich schießen, safe. Es sind wahrscheinlich die zwei oben bei dir, die zwei oben. Oh mein Gott. Ja, es sind nur noch die auf dem Feld, die drei. Das Zweierteam und der Einzelteam. Wo ist der, wo ist der? Es ist nur noch der eine. Oh nein, ich dachte, das wäre einer. Der war irgendwo da, ne? Ich glaube, ja. Oh scheiße, ich treffe mit dem Kahn nicht. Oh mein Gott, ich treffe nicht mit dem Kahn. Ich treffe nicht, ich treffe nicht. Äh. Ist der da immer noch? Oh, jetzt weiß ich es nicht, wo der ist. Er ist schon ein bisschen gehoof, ne? Er ist ganz so, ne? Oder wo? Oh nein, ich habe keinen Helm mehr. Das schaffe ich es nicht. Das schaffe ich es nicht, Alter. Oh scheiße. Ich sehe nicht, ich sehe nicht, ich sehe nicht. Siehst du in Kitty? Ne. Oh, fuck, Alter. Oh, fuck, Alter. Oh mein Gott, ja. Oh, fuck, Alter. Damn. Oh, shit, Alter. Oh, ei, ei, ei. Ey, der hätte eigentlich nur ein bisschen warten müssen, damit der Sorge so, du hättest so Druck gehabt. Oh, fuck, Alter. Boah, dieser Headshot am Ende noch, Alter. Boah. Das war gut. So wichtig. Ich hätte niemals im Leben gedacht, dass ich das noch schaffe, wenn ich ehrlich bin, ne? Ich dachte, das ist lost, Alter. Ich dachte, das ist lost.